Die Scharabe und der Oberhauptmann und die Diener der Jüden nahmen Jesu und bunden ihn und führten ihn aus Erste zu Hannas, der war Kaifas schwer, welcher des Jahres hohe Priester war. Es war aber Kaifas, der den Jüden riet, es wäre gut, dass ein Mensch für der Umrecht, für das Volk.